... plötzlich zu brennen begonnen hat. Habt ihr das gehört? In diesem Schiff drinnen war auch ein Auto, ich glaube das war ein Transporter, der Hilfsgüter zu den notleidenden Familien in Griechenland brachte. Von einem Österreicher organisiert, einem ganz netten Freund. Der gute Mann hat es überlebt und das ist schön so. Aber sein Transporter ist verbrannt. Und heute sind ein paar ganz liebe Freunde hier und sammeln Geld, damit wieder so ein Fahrzeug organisiert wird, damit weiter Hilfe zu den notleidenden Menschen in den griechischen Städten gebracht wird. Falls ihr so nett seid, dann kauft ihr unsere ZDs nicht, sondern bezahlt was für diese Hilfe. Und wenn was übrig bleibt, dann kauft ihr auch unsere ZDs. Ja, okay, also für die Griechenland Hilfe wäre super. Danke für die Freude, äh von, bedanke mich bei der Freude, die hier sind. Gut, äh, gut, äh, gut, äh, gut, äh, gut, äh, gut, äh, äh,